Ja, wir kommen jetzt endlich weiter in den Kräutervideos und kommen zum Lavendel, was hier in dem Fall in gewisser Weise auch eine klare Geschichte ist. Steht für Liebe und Geld. Über Liebe hatte ich mich ja schon unterhalten bei den Brennnessellen. Ist hier genau gleich zu sehen, hat nichts mit der Liebe wirklich zu tun, damit natürlich auch, aber nicht nur. Und Geld ist klar, in welcher Form auch immer, dass man eben halt seine Finanzen aufstocken kann. Ob man es jetzt geschenkt kriegt, mehr verdient, Gehaltserhöhungen etc., ist eben halt wieder von einem einzelnen Betrachter, wie er es verwendet, mit welchem Spruch dann zu sehen. Das war es von mir zum Lavendel und es geht dann weiter. Bis dann!